Hallihallo und Hallöchen, liebe Freunde von Star Citizen, nachdem mein letztes Video über ein Info-Update relativ gut ankam im Vergleich zu anderen Videos auf meinem Kanal, dachte ich mir, ich bringe gleich noch ein weiteres Video raus zu einem interessanten Thema, denn der CIG-Mitarbeiter Admiral Slough hat im Forum verkünden lassen, dass im dieswöchigen Reverse to the Worse der Live-Director Todd Peppy erscheinen wird, welches dann auch um 16 Uhr UTC-Zeit beginnen wird, das bedeutet für uns Deutschen würden, wenn ich richtig gerechnet habe, um 17 Uhr starten, der Livestream am Freitagnachmittag auf Twitch für Forster Citizen, den Link werde ich auch nochmal in die Beschreibung unten reinpacken, aber was hat er genau verkünden lassen? Er hat verkünden lassen, dass es weitere Informationen zur Versicherung und zum Besitz von gestohlenen Schiffen gibt, da ich in meinem letzten Video darüber gesprochen habe, was passiert, wenn man ein gestohlenes Schiff hat. Wenn das genau wissen wollt, dann klickt doch mal auf die Infokarte oben drauf oder schaut in die Beschreibung, da verlinke ich auch nochmal das Video, dann wisst ihr genau, was ich rede. Auf jeden Fall hat er es verkünden lassen, dass es dazu weitere Informationen gibt, diese werden wie gesagt im Livestream auf Twitch.tv verkündet und auch weitere Informationen zur Versicherung wird es geben. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Info-Update-Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin der Chris und sage Tschüss.